Genau, hier kommt noch das Zeug hin. Shadblock, Tealohr, Flint, Arrows. Ah, voll Arrows kann ich alle nehmen. Ähm, so, mal gucken, was inzwischen hier passiert ist. 72 Mold, Copper. Copper. Super. Da habe ich ja ordentlich was zu tun, wieder mit dem Schmelzen. Nein, Copperohr. Hätte ich gerne noch. So, damit das etwas reibungs... Uh, ruckel, 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 ruckel. Damit das etwas reibungsloslosere läuft, kommt da jetzt auch das festliche Copper rein. Während ich hier schon am weggeräumen bin. So, Kupfer haben wir relativ wenig. Das ist schade. Naja. So, was können wir da als nächstes nehmen? Iron. Cadmium, Indium, Aluminium. Silver. Funktioniert auch noch. Lidohr funktioniert auch. Ferrosohr funktioniert. Zimbaohr weiß ich jetzt nicht. Cadmium funktioniert auf jeden Fall nicht. Wo ist mein Indium? Ohr. So, die drei kommen hier rein. Und... 72 Stück, glaube ich. Wenn ich mich nicht richtig entsinne. Oder? Ich kann, glaube ich, schon mal das Eisen schmelzen. Das wären dann 2 plus 2 davon. Ja, Eisen rein. 1, 2 und 1 und 2. So. Und... Ja, es ist nichts mehr drin. Super. Das läuft da alles wie am Schnürchen. Jetzt habe ich davon das ganze Zeug. Ah, so langsam hat die... Smeltery auch gemerkt, dass die wieder mehr... Zeug hat. So. Aluminium. Silver. Boah, erschreckt mich nicht. Ja, ich gehe ja schon ins Bett. Zerstürme aber, Jo. Bloß nicht meine Bude. Aua. Kleiner Scheiß-Zombie. 72 Stück mal wieder. Die kommen wieder alle weg. Haben wir noch was, Iron? Ja, haben wir noch. Na, wie viel ist jetzt noch drin? 36. Gut. Passt das ja genau. So, jetzt habe ich schon wieder die erste halbe Stunde damit verbracht, alles mögliche zu schmelzen. Das ist doch genial. Copper Ingot, Copper Ingot. Industrial Craft. Das andere Craft. Gut. So. Komm! Beile dich! Ich wollte heute eigentlich noch was anderes machen. 12. Wird das überhaupt geschmolzen? Ja, 12. Oh. Hallo. Das bedeutet 1. 2. Und 3. Okay, damit. So. Ja. Ihr seid jetzt wieder alle schön geschmolzen. Genau. Schad kann ich noch wegtun. Order Schad. 26. Nickel. Okay. 26. Das sind 18. Äh. 27. 28. 32. 32. 31. 33. Einem Zöck nachhelfen. Es waren doch 26. Und willkommen wieder zurück. Und wir sind noch immer beim Schmelzen. Beim Schmelzen des Schmelzteils. Was irgendwie sehr langsam vorstatten geht. Was ich leider bedauere. Naja, ich kann ja inzwischen über was anderes reden. Oder versuchen über was anderes zu reden. Denn ich habe mir... Oh, genau 18 Stück. Super. Ich habe mir Assassin's Creed 4 gekauft. Letztes Wochenende. Und... Ich bin sehr zufrieden damit. Muss ich... Es waren doch 18 Stück da drin. Acht. Wieso läuft die nicht richtig? Egal. Und ich lege es wirklich jedem ans Herz. Denn... Naja. Man muss nicht wirklich Assassin's Creed... Assassin's Creed Fan sein. Finde ich für diesen Teil. Denn... Denn... Er ist komplett... Ja... Er ist... Er ist anders aufgebaut... Als die... Anderen... Assassin's Creed Teile. Also es geht nicht mehr... Groß darum zu schleichen. Es ist schon... Schon der dritte Teil ist anders gewesen. Allerdings... Nicht im guten Sinne anders. Finde ich. Es fehlt mir noch genau eins. Ähm... Ja... Vor allen Dingen die Seeschlachten machen... Äh... Richtig, richtig viel Spaß. Auch... Ähm... Ja... Und auch wenn man nicht so viel... Sich für die Story interessiert... Macht... Als wäre er so... Auf so ein großes... Open... Open World... Rollen... Adventure Spiel... Steht... Der sollte das unbedingt... Sich kaufen. Auch wenn ich jetzt schon wieder etwas hinterher hinke. Weil ich immer... Mir die Sachen später erst kaufe. Also ich wette... Jeder, der es... Jetzt... Mein Video guckt... Hat es bereits. Deshalb... Es ist eigentlich unnötig. Okay, lass uns über was anderes reden. So... Ferris Block ist fertig. Order Shut. Kann ich noch wegrollen. Und zwar in die Kiste hier. So... Beide ich ein bisschen. In der Zwischenzeit kann ich da wieder etwas umfüllen. Denn... Denn... Das ist ziemlich... Energieraubend. Was ich hier betreibe. 40. Das bedeutet... Vier davon... Äh... Ja... Vier davon... Und zwei davon. Komm... Gib mir das Zeug. Du kühlst noch ab. So... Schön... Das haben wir alles. Silver Ore. Mal eben noch schnell. Mal eben noch schnell. Super, das dauert so unheimlich lange. Und ich mache gar nichts in der Zwischenzeit. Das geht eigentlich nicht. Ich müsste es eigentlich... Irgendwie anders machen. Ich weiß es allerdings nicht, wie ich es anders machen kann. Äh... Ich werde mal wieder depressiv. Also... Weg mit euch. Ich schmelze euch jetzt nicht mehr. 72. Gut. Das passt dann ja genau. Hoffe ich. Japp. Das passt genau. So... Und du kommst auch noch hinterher. So... Komm... Gib mir noch den Rest. Silver. 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 Und... Silver. Oh. Ja, der fehlte noch. So... Jetzt haben wir alles, was wir brauchen. Und als erstes... Mache ich mir mal... Ähm... Was brauche ich denn? Was wollte ich unbedingt haben? Magnum Torch... Ne, 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 ne... Modular... Ne... Solarzellen mache ich mir als erstes. Denn... Ich brauche unbedingt... Mehr Energie. Solarzellen... ... ... ... Medium... ... 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